Gestern begann die offizielle Preview Season von Commander Legends 2 Battle for Baldur's Gate. Ist mir doch egal, ist Wotzi egal, das ist allen egal, denn Commander Legends 2 wurde schon verkauft. Das war nicht an dich, aber an die Zwischen- und Großhändler, von daher ist Wotzi das Latte. Wir reden über diesen Artikel vom 12. Mai und dazu gab es auch einen Stream am Tag der Ankündigung über den Rest des Jahres und es wurde gesprochen über Double Masters, Dominarius Bund und Warhammer 40k. Wir sprechen heute hauptsächlich über Double Masters 2022, gehen ganz kurz auf die 2-3 Infos ein, die wir schon zu Dominarius Bund haben und Warhammer überspringen wir, es wird Commander Decks geben und Secret Lair, da sprechen wir gesondert drüber. Double Masters 2022 erscheint am 08.07. und bringt die spannenden Eigenschaften des ursprünglichen Double Masters aus dem Jahr 2020 zurück. Hmm, spannende Eigenschaften, erinnern wir uns kurz zurück, ca. 2 Jahre. Es war doppelt so teuer und gab aber auch doppelt so viele Rares. Okay, ist jetzt schon nicht mehr so krass, weil ich meine, wir sind alle Collector-Display geschädigt und Modern Horizon 2 kam ja auch in der Zwischenzeit. Aber es gibt wieder 2 Rares pro Set, 2 Foils pro Booster maximal, also 4 Rares, Entschuldigung, oder Mythic Rares in einem Booster. Und guckt euch mal das Bild hier an, mit dem Bild wird geworben. Die Kenner unter euch wissen natürlich, das ist Kozilek the Butcher. Kozilek ist, ja, Werbefigur für Double Masters 2022. Das kann ja nur heißen, dass es gut wird. Die Termine sind, Beginn der Vorschau ist am 16. Juni, genau. Also 6 Tage nach Release von Commander Legends 2 kriegen wir schon die ersten Bilder zu Double Masters zu sehen. Das ist einfach verrückt. Das Command-Fest in Frankfurt ist erst, wenn wir alle Karten aus Double Masters schon kennen. Stellt euch das mal vor. Wir feiern in Frankfurt auf dem Command-Fest, Link in der Videobeschreibung, Commander Legends 2 draften das, spielen Sealed. Und am gleichen Tag wissen wir schon alle Karten, die 2 Wochen später in Double Masters kommen. Bisschen pervers ist es ja. Am 8.7. kommt's. Das Set-Symbol sieht ganz cool aus. Es ist in grün gehalten. Und auf dem Draft-Booster müsste meiner Meinung nach Aminatu the Fateshifter sein. Sepp-McKinnon-Artwork. Würde ich mich ganz gut aus dem Fenster nehmen, dass das ein Sepp-McKinnon-Artwork ist. Und wahrscheinlich dann nicht Aminatu the Fateshifter. Das ist ja eine Planeswalkerin, die man als Commander spielen konnte. Aber irgendwie... Na doch, das ist ja ein Reprint-Set, ne? Also Aminatu the Fateshifter. Mein Guess. Dann haben wir auf dem Display noch Liliana drauf. Und dieses kleine Ding hier unten links in der Ecke. Vermuten einige, dass es Mana Vault ist. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Plus ein, zwei weitere Guesses meinerseits. Natürlich haben wir nicht nur Draft-Displays. Wir hatten letztes Mal bei Double Masters VIP-Booster. Und die gibt's diesmal nicht. Also diese kleinen, glänzenden Pakete, die mit schlechter Verpackung für Aufregung gesorgt haben. Wir haben ganz normale Sammler-Booster. Und dieses Artwork erinnert mich auch an jemanden. Und zwar nicht nur mit Seth McKinnon auf dem Artwork von den Draft-Boostern, sondern das hier müsste Wizard of Barge sein. Ich zeige euch mal Bilder vom Prime Slime Secret Lair von 2020 und sag mir bitte, dass ich nicht spinne. Das ist doch Wizard of Barge. Wir kriegen Sammler-Booster-Displays. Und die sehen genauso aus wie alle anderen Collector-Displays. Außer, dass wir nur ein Drittel Inhalt haben. Wir haben vier Booster für circa 200, 210 Euro. Ja, ich sag mal so, positiv lässt sich gut lagern. Dann haben wir fünf Karten bekommen, die wir schon als Preview sozusagen kleines Genießerstück vorab bekommen haben. Kozylek, The Butcher. Schlechter der Wahrheit. Butcher of Truth? Ich kenne gerade die englischen Namen gerade nicht. Liliana, Die letzte Hoffnung. Ran in Six. Dennoch wettergegärbter Wanderer und ans Licht bringen als Promos, wenn ihr im WPN Premium Store kauft. Aber schauen wir uns mal Kozylek, Schlechter der Wahrheit an. Den gibt es auch in diesem krassen Artwork. Rechts sehen wir... Ne, in der Mitte sehen wir Borderless. Erstmal, das sieht schon abgefahren hoch 10 aus. Und rechts ist der in Edged Foiling. Jede Rare und jede Mythic Rare in diesem Set Double Masters 2022 kann als Edged Foil vorkommen. Genau wie hier Liliana, Die letzte Hoffnung. Auch mit richtig coolem Artwork als Borderless Variante und rechts Edged Foil. Und Wren und Sex. Ja, das Artwork gefällt manchen, manchen auch nicht. Aber es ist eine Karte. Und wo wir gerade über Liliana gesprochen haben, hier ist mal ein kleines Bild von Liliana in Textured Foiling. Manche von euch kennen das von den Pokémon VMAX Karten. Das kann man so rüberfassen und hat so ein bisschen Widerstand. Das ist so... Ja, es ist halt mit Textur. Und in 3% aller Collector Booster werden Textured Foilings, oder wie auch immer es heißen mag, sein. Ja, wir haben insgesamt 331 Karten plus natürlich die Borderless Varianten. Und das war es erstmal zu Double Masters. Jetzt begebe ich mich noch ganz kurz in die Welt der Spekulationen. Denn Double Masters 1 beruhte ganz viel auf Modern Masters 2017, Iconic Masters und Eternal Masters. Und Ultimate Masters kam ja nach all diesen. Und ich glaube, dass wir starke Reprints aus Ultimate Masters sehen werden. Kozilek ist die Nummer 2 von 331 in Double Masters 2. Das heißt, diese 5 Karten könnten noch kommen, aber nur eine dieser 5. Ich glaube, entweder All is Dust, oder wenn sie richtig All in gehen wollen, dann kriegen wir Emrakul, The Aeon's Torn. Und danach direkt noch Ulamog, The Infinite Gaia. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir einige starke Karten aus Ultimate Masters sehen werden. Und das hier sind so die teuersten. Guckt euch mal an, was kommen könnte. Plus natürlich alle Sachen außerhalb von Ultimate Masters. Wie zum Beispiel, Aminatu hat schon bestätigt, dass ein Commander-Karten-Reprint kommt. Wie wäre es mit Dockside Extortionist. Aber schauen wir erstmal Ultimate Masters an. Ich wäre mit allen happy. Kevin of Souls. Mana Vault ist relativ confirmed, weil guckt euch das Artwork an. Und guckt euch nochmal das Display an. Hier ist die Mana Vault drauf. Dann haben wir Phyrexian Altar. Lily of the Vale kommt glaube ich nicht. Dafür vielleicht aber der Snapcaster-Match. Ulamog, Ancient Tomb, Bitterblossom, Emrakul, Demonic Tutor, Mikaeos, Karakas Entomb, Orborg, Khan Liberated, Balefire, Dragon, Dark Death, Phyrexian Tower, Tarmogolf, Wenschwein. Man sieht also auch ein paar Karten aus Ultimate Masters sind durchaus schon in Double Masters 1 gewesen. Wie Nobel Hierarch, Tarmogolf, Wenschwein, ich glaube Dark Death auch, Khan Liberated. Aber der Großteil, die teuren Karten hier, ich glaube die werden wir wiedersehen. Und zwar dieses Jahr am 8.7. Wir wissen es. Auf dem Commandfest in Frankfurt könnt ihr mich mal darauf ansprechen, was ich da für einen Quatsch erzählt habe. Oder ob es stimmt. Und ja ganz zum Ende, kleiner Teaser auf Dominaria Reunited. Es ist das Set zum 30-jährigen Jubiläum von Wizards, von Magic. Und sein ursprünglicher Schauplatz, Dominaria, dahin kehren wir zurück. Mit Khan vorne drauf, die Weatherlight im Hintergrund und hier haben wir noch Captains der Weatherlight. Das ist das Set-Symbol. Es kommt am 9. September. Also haben wir da noch ein bisschen Zeit, wenn nicht Warhammer 40k kommen würde. Aber darüber sprechen wir mal anders. Ich finde, wir haben schöne Displays. Das Draft-Display sieht sehr nett aus mit dem Gold. Sehr friedvoll. Set-Display und Collector-Displays sind im leicht lila Gold gehalten. Und dann möchte ich euch noch einen Satz mit auf den Weg geben und das ist dieser hier. Aber wir haben heute noch mehr in petto. Sammler und Fans von Boxtopper und Sammlerboostern können sich mit Dominarius Bund auf etwas Besonderes freuen. Weitere Details verraten wir im August. Was bedeutet das? Boxtopper in den Sammlerboostern oder neue Booster-Art? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es schon eine Neuheit, die noch bestätigt wurde. Und das ist Jumpstart. Macht den Sprung in jedes Premiere-Set. Ab Dominaria Reunited gibt es keine Theme-Booster mehr, sondern Jumpstart-Booster in jedem Premiere-Set. Premiere-Set sind die standardlegalen Sets. So viel zu heute. Ganze Menge Infos. Und das Mitte Mai. Lasst uns das erstmal verdauen und dann freuen wir uns in aller Ruhe über Commander Legends. Und dann nach dem Command-Fest reden wir über Dominaria und über Double Masters.